Ich würde den niemals beim Wort nehmen, bin ich ganz ehrlich, denn... Ohne Scheiß. Warum ruft er vor allem? Ich verstehe es nicht. Wenn er sie doch braucht, warum ruft er nicht die Wachen zurück und lässt sie einfach da hinkommen? Verstehe ich nicht so ganz und ich würde dem kein Stück trauen, bin ich ganz ehrlich. Also ganz ehrlich. Alter, was? Was mache ich denn hier? Oh, ciao Jungs. Keine Zeit für euch. Der Wegpunkt war hier oben, ne? Irgendwo, oder? Nee, warte mal. Da ist der Wegpunkt. Wow. Warte mal, ich kann noch einen mitnehmen, ne? Komm mal mit. Komm mit. Guck mal hier. Ciao. Was, jetzt lebt er noch? Willst du dich verarschen? Ah, jetzt nehmen wir ja. Wie er einfach runterläuft. Voll Trottel. Alter, wie das wieder ruckelt. Komm her. Komm mal da. Mein Kumpel ist auch schon da unten, der wartet auf dich. Tschüss. Boah, wie das ruckelt. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Habe ich hier was zum Werfen? Ah, da unten komme ich hin. Na. Okay, ich lasse sie mal da links liegen und gehe einfach mal weiter. Die werden schon merken, dass ich nicht mehr da bin. Gehen wir einfach mal hier weiter und schauen mal. Okay. 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 Wie cool das hier ist. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt irgendwie... Durch die Tür würde ich wahrscheinlich nicht kommen, ne? Oder? Okay. Was? Ich kann mit Leichen rumwerfen? Oh, ist das mies. Alter, ist das gemein. Boah, das ist so... Boah, das geht gar nicht. Ohne Scheiß. Das geht überhaupt nicht. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich... Okay, ist die Tür. Ja, ja. Schön, dass du mich gesehen hast. Finde ich super. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ah, okay, verstehe. Wir müssen irgendwas draufstellen. Kann ich das hier machen? So, wir müssen die Gemini-Formel holen. Und ich weiß... Ich weiß gar nicht genau, was er damit machen will. Ruckel, 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 ruckel. Alter, das ist so... Boah. Also, ich kann da nichts für. Das ist das Spiel, das ist doch irgendwie grad voll die Framerate-Einbrüche. So, jetzt geht's wieder. So. Eine rote Tür. Wo führt sie... Äh, wo führt sie hin? Du kleiner Pimmelberger. Entschuldigung. Huh. Wo ist er hin? Äh, bitte was? Wo ist er denn hin? Oh Gott, mehrere Plattformen. Eine für da, eine für da. Ich weiß nicht genau. Wir müssen zwei aktivieren, glaube ich. Oder? Hallo? Okay, das funktioniert schon mal nicht. Komm mal mit. Was ist mit der hier? Okay. Die Tür öffnet sich auch nicht. Hä, wie soll ich denn... Hä? Okay, warte mal. Vielleicht kommen wir auch so irgendwie da durch. So, wir müssen mal hin. Hier hoch, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Mal schauen. Äh, hallo? Ich glaube nicht, dass wir da lang müssen. Na, was hast du? Wieso kann ich denn hier nicht in die Zeit zurückreisen? Okay, ich kann es nicht. Vielleicht kann ich hier... Kann ich auch nicht. Weil, warum? Hä? Das ist auf jeden Fall ein Rätsel. Auf jeden Fall, die zwei Schalter müssen wir definitiv irgendwie aktivieren. Ich frage mich nur gerade, wie... Weil die Kiste, denke ich mal, brauchen wir definitiv für eine Plattform, aber... Warte mal, ich springe nochmal da hoch. Okay, zurück kommen wir anscheinend auch nicht mehr, oder? Ich nehme mal die Kiste mit. Doch, zurück kommen wir noch. Vielleicht können wir ja hier irgendwas holen. Äh, wo bin ich hier? Okay, diesen Raum... Der Raum existiert in der Vergangenheit nicht. Anscheinend. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Irgendwie im Dunkeln. Naja, super. Okay, also von hier können wir nichts holen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir... Hm, aber was bringt mir das denn? Okay, die Tür geht auch nicht offen. Ist hier irgendwas oben? Ja, ist doch okay. Vielleicht doch da runter springen. Ich probiere mal, da runter zu springen. Vielleicht ist ja... Ich glaube zwar nicht dran. Ah, doch, Tatsache. So. Ja. Ah, guck mal eine an. Ganz viele Steuerpulte. Hier ist ein Wegpunkt. Ich weiß zwar nicht, was ich hier machen soll. Oh, oh. Es ist die Frau von der Zelle. Hey. Kid. Hey. Nicht Kid. Dahlia. Du bist die Frau, die kam zu unserer Zelle. Also kannst du mich und meine Schöne raus aus hier, oder was? Ich werde. Ich versuchte. Aber erst muss ich etwas finden, wie die Gemini für mich. Ich wusste. Ich versuchte. Er hat dich unter seiner Zelle, wie alle anderen hier. Ich hatte keine Wahl. Er hat Informationen über meine Familie, und ich habe sie für sie ganze Leben. Die einzige Familie, die ich habe, ist meine Schöne, Cassandra. Ich muss sie raus aus hier. Cassandra? Oh, wait. Mason sagt, ich wohnte hier. Und Alex sagt, meine Familie hier war. Sie ist mir. Ich bin sie. Das bedeutet, du bist meine große Schöne. Uh, Frau, ich bin 14. Nein, also, aber ich bin Cassandra. Ich kam hier aus dem Zukunft. Nein, keine Ahnung. Cassie? Ist das wirklich du? Wenn es du ist, warum nicht du mich erinnern? Irgendetwas hat mir passiert. Ich wurde verholt. Dahlia? Geh zurück aus der Verkaufsdauer und weiter mit deinem Test. Ich muss gehen. Okay. Aber ich lasse dich nicht hier. Dahlia. Also unsere Schwester. Ich probiere es gerade mal. Kann ich denn diese Laser hier, kann ich hier irgendwas machen? Ne, okay. Warte mal. Das funktioniert auch nicht. Oder muss ich jetzt vielleicht zurückgehen? Ne. Oder? Ah, wieso? Ah, wieso? Okay. Wie kriege ich die Plattform jetzt da für sie runter? Ich glaube... Ah, die Tür ist offen. Okay. Also, heißt es wieder zurückgehen? Ducken? Irgendwie da... Äh, irgendwie da raufkommen. Alter Schwede. Wie hoch sie aber auch klettern kann. Das ist faszinierend. Äh, war nicht gerade die Tür noch offen? Hä? Das ist doch der Raum hier, oder nicht? Warte mal. Okay, das funktioniert nicht. Hätte ja sein können. Das funktioniert auch nicht. Ich bin so ein bisschen... Bisschen überfragt gerade. Vielleicht doch da bleiben wir hier. Ich kann aber nicht in die Zeit zurückreisen, irgendwie. Also, bleib mir... Ah, die Tür ist jetzt offen. Okay. Aber was ist denn das mit den... Oh, oh Gott. Was ist das mit dem Türrätsel? Ist ein bisschen merkwürdig gerade. So, ciao. Aber warum ruft er sie denn nicht zurück? Die Wachen, verstehe ich nicht. Das Meer ist mir echt... Ist mir echt ein Rätsel? Nein. Hm. Wie sie springt. Byg mir mehr. You should be able to get out now. Find your sister. I mean, me. And get to the surface. I want to help you. The Gemini formula. I know where it is. No. I found my family. We don't need Mason anymore. We should still get that formula. It's too dangerous to leave with him. Um, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber du bist richtig. Es ist die einzige Art, dass die Formula nicht in die falsche Hand fallen. Wir machen es. Ich finde die Formula. Geh Cassie, ich meine, du, und weg von hier. Ich beziehe von Mason. Das ist ein Plan. Aber ich will dich, um die Garten zu bleiben, für ein paar Minuten. Natürlich. Und Dahlia, schau es in ein Ort, wo niemand, aber uns, kann es kommen. Cassie, ich mag, wer du zu sein wirst. Jetzt, dass ich dich gefunden habe, Dahlia, werde ich dich nie wieder verlieren. Ich weiß. Das hat ganz geklappt. Außer diese Sprenggeschosse. Deswegen, muss ich da mal schauen, dass da ich mal ein bisschen besser klarkomme mit dieser Funktion. So. Ui. Das sieht aus wie ein Kampfbereich. Ich kann nicht in die Zeit zurückreisen. Und da ist wieder so ein... Komm her. Schieß. Da war grad irgendwo so ein Ding, wo drauf ich schießen kann. Ach, da. Oder? Geht das? Oh Gott. Scheiße. Komm her, du Sau. Entschuldigung. Schieß. Nur wir beide, du und ich. Wir kämpfen. Erstmal auf die Füße schießen. Die haben ja... Am überlegen ist, ne? Hm. Was war das? Oh, er zappelt wieder ab. Ja, 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 ja. Ah ne, noch nicht. Er hat schon aufgegeben. Wo ist der andere? Oh. Alter, was? Wer schießt denn da? Uah. Oh Gott. Wie er in den Ventilator fliegt. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Wo ist er denn? Ah, da hin. Ich schmeiße erst mal in den Strom. Oder warte mal, gibt's hier noch eine andere Todesursache? Komm, wir spielen ein bisschen Final Destination, Kumpel. Guck mal da. Das war's für dich. So, hier gibt's so viele Türen. Wir schauen mal. Oh. Alter, was willst du mich... Alter. Das gibt's doch nicht. Steht der da einfach rum? Willst du mich... Wie konnte ich irgendwas interagieren? Aua. Was? Was? Wo? Wo kommt der denn her? Komm mit. Ciao. Du auch. Ach, das ist ein schwerer Gegner. Moment. Haben wir gleich. Alter, wie das... Oh Gott, wie das ruckelt. Aua, 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 aua. Lass das, lass das, lass das. Ich kann hier nicht... Oh Gott, das sind zwei von denen. Ich kann nicht in die Zeit zurückreisen. Ich muss... Nein, lass das! Aua! Was? Was? Fehlimpuls nicht gefunden. Fehlimpuls nicht gefunden. Brille kann nicht... Äh, was? Oh Gott, wie mies. Steht der eine auf... Hinter der Tür und der andere steht auf einmal hinter mir. Das ist irgendwie voll gemein. Mann. Mobbing-Spiel. So. Nein, ist ein gutes Spiel. So. Weiter geht's. Ich schaue mal... Was haben wir hier sonst noch? Kommt jetzt wieder der... Der Sprengmeister? Pass auf, machen wir anders. Na, hallo? Lass mich durch. Okay, hier steht keiner. Ja, 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 lass das. Ach, hier steht jetzt mal keiner drin. Ah, wie merkwürdig. Komm mit. Komm mit. Ciao. Wow. Bäm. Kann ich mal... Hallo. Kann ich die Kugel mal... Ich will mal gerne nach hinten in die Tür schießen. Mal gucken, was passiert. Ah, ich dachte... Natürlich. Die Kugel fliegt in die Tür. Hatshot. Würde den Typen gerne behalten, bis die anderen kommen. Aber irgendwie geht das wohl nicht. Na. Lass das. Lass das. Lass das. So, wo sind die anderen? Die spawnen jetzt aber schon... Da, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das gibt's noch nicht. Hier in den Stromkasten rein. So. Da. Und du dahin. Ciao. So. Haben wir noch einen Sprengfass hier? Weil die anderen kommen jetzt gleich. Wo, 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 wo? Achter. Oh, ich bin gleich tot. Scheiße. Fuck. Uah, nein. Da kommt der. Uah. So, der ist weg. Oh Gott, das muss ein bisschen schneller gehen hier bei mir. Scheiße, den kann ich nicht aufnehmen. Uah. Bäm. Wer schießt denn da noch? Wo ist der andere? Ich seh ihn nicht. Aua, ich seh ihn nicht. Wo ist der denn? Wo? Ach, da. Das gibt's noch nicht. Steht der auf einmal neben mir und sportt neben mir. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Was? Was? Aua, was? Was? Ey, das ist doch ein Hohn. Das ist doch ein Hohn. Wo kommen die auf einmal alle her? Das ist ein Hohn ist das. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommt denn auf einmal dieser, dieser, dieser Knüppeljunge wieder her? Weißt du? Verstehst du doch? Knüppeljunge. Der mit seinen, mit seinen, mit seinen Schlägern in der Hand. Das ist doch nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da kommt der Dickmann wieder. Ja, komm her. Ja, schieß. Komm. So. Huch. Wo ist der andere? Warte mal. Ah, hier. Ah, ciao. So. Bim. Bim bumm. Ich glaub ich lass die, die Sprengfässer lass ich mal. Schieß doch. Warum wackel ich so komisch? Wow. Also die anderen spawnen erst, wenn er weg ist. Okay. So, ich glaub einen Schuss braucht er noch. Dann ist er durch. Muss das mal ein bisschen anders, ein bisschen anders angehen. Kann ich da irgendwie rausspringen? Nee, ne? Oh. 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 So, jetzt. Achtung, pass auf. Jetzt spawnen. Jetzt spawnen die irgendwo. Da hinten ist so ein Ding. Warte mal. Lass das. Lass mich. Das gibt's doch nicht. Geh da einfach rein. Du komm mit. Guck mal hier. Lass ich das schon mal aufnehmen. So. Wo sind die anderen? Alter. Was? Willst du mich verarschen? wieder auf einmal angelaufen kommt, der Drecksack. Guck mal, wie die rennen können. Jetzt muss ich gucken, wo der andere ist. Hier wieder der Knüppeljunge. Mal gucken, wo der... Da eisert, guck mal. Bäm! Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Uah, was? Alter, lass das. Wo kommt der her? Wo kommt der auf einmal her? Schlüsselkarte gefunden, toll. Aber wo spawnt der auf einmal? Das gibt's auch nicht. Gott sei Dank, bin ich hier durch mit dem Thema.